Jörn Hübner bereitet die Geschenke zum Versand vor. Der Center-Manager der Spree-Galerie packt bei Weihnachten im Schuhkarton selbst fleißig mit an. Zum siebten Mal beteiligt sich die Einkaufspassage an dieser Aktion. Für Jörn Hübner eine Selbstverständlichkeit. Es macht riesen Spaß, diese Veranstaltung hier stattfinden zu lassen in der Spree-Galerie. Wir bekommen ganz viel Lob, gerade mit dem Ziel, Kindern zu helfen. Man kann hier Kleinigkeiten einkaufen, die in die Aktion gehen, aber man kann auch ganze Päckchen abgeben. Bei Weihnachten im Schuhkarton werden Kinder in Not aus rund 150 Ländern beschenkt. In Cottbus sind es in diesem Jahr knapp 160 gesammelte Pakete. Zusätzlich konnte man hier eine Geldspende von 800 Euro einnehmen. Bevor die Pakete verschickt werden, müssen sie nochmal durchgecheckt werden. Die werden jetzt gesammelt, werden nochmal durchgeschaut. Da gibt es Bestimmungen, wenn man sie ausführt in fremde Länder. Und dann ist es, glaube ich, eine kirchliche Organisation, die sie in die europäischen Länder fährt und dann auch an die Kinder verteilt. Die Spree-Galerie ist nicht die einzige Annahmestelle für Schuhkartons. Es gibt im deutschsprachigen Raum noch über 5000 weitere. Seit 1993 wurden über 130 Millionen Kinder beschenkt. Für die Zukunft hofft man auf weitere fleißige Helfer, damit die Kinder ein fröhliches Weihnachten haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017